Ratschläge für einen Menschen Sei nett zu anderen Menschen, auf universaler Ebene sind sie gut. Strebe nicht nach Perfektion. Die Evolution und das Leben kommen nur durch Fehler weiter. Scheitern ist eine optische Täuschung. Versuch nicht immer cool zu sein, das Ganze und die Wärsem ist cool. Es sind die warmen Stellen, die zielen. Ironie ist gut, aber Gefühl ist besser. Lies Gedichte, vor allem Gedichte von Emily Dickinson. Sie können dich retten. Leg Feuer, aber nur metaphorisch. Es sei denn, dir ist kalt und es ist ungefährlich. Du hast die Macht, die Zeit anzuhalten. Du tust es beim Küssen, du tust es beim Musikwerken. Durch Musik kannst du übrigens Dinge sehen, die du sonst nicht sehen kannst. Musik ist das Fortschrittlichste, was du hast. Sie ist eine Supermacht. Eine Tragödie ist eine Komödie, die noch nicht ganz fertig ist. Das Glück ist nicht da draußen, sondern hier drinnen. Denke nicht, dass du weißt. Wisse, dass du denkst. Wenn du etwas hässlich findest, sieh genauer hin. Hässlichkeit ist nur eine Sehschwäche. Lachen wir, du steht hier. Du hast meine Eing. Ich bin hier traurig. Es ist ein Fortschritt. Das ist das Fortschritt. Es ist ein Fortschritt. Ich bin hier traurig. Untertitelung des ZDF, 2020